Der Prophet sagte, wenn jemand von euch aufsteht, um zu beten, dann sprecht ihr allein mit seinem Herrn. Schaut, wie ihr betet. Einige von uns, meine Freunde, betreten ein Treffen mit Allah und die beeilen sich. Ist es eingemessen, deinen Herrn auf diese Weise anzusprechen? Wenn du betrittst, genieße es. Und deshalb sagte Allah, Wenn du dich auf die Erde niederwerfst, kommst du Allah näher. Dies ist die wahre Ernährung und wenn du Allah mit einem aufrechten Gebet unter einem präsenten Herzen anrufst, werde Allah dein Gebet in deinem Gebet erhören. Dies ist Allahs Geschenke an uns.